Och nee, was machst du denn hier? Komm, ich kaufe dir erstmal die Schanker schwer zu bekommen. Tja, Pechkopf, ne? Angearscht, Dinkelburg. Aua, was ist denn das hier für ein Empfang? Also, wir sind ja hier nur da, um... Ja, Menschen abzuschlachten. Oder Leute zu betrügen. Einen floschen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft. TTT, na hört mal, jetzt redet nicht für meine Anmoderation rein, was ist denn das hier? Und er hört, die Leute von heute können einen nicht mal ausreden lassen. Unser Autist ist natürlich heute wieder mit von der Partie. Und mein Eisenschwert natürlich auch. Adios, amigosa. Und du bist gestorben. 1A. Äh, Chefmöwe Erwin, bitte überleg dir das nochmal, wir können reden. Ich schicke den Autisten vor. Runter, 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 runter. Ha. Dü, 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 dü. Tja, so macht man das, mich trickst man nicht aus. Hier liegt ein totes, totes Mädchen rum. Und hier ist die Marktleitung. Und was machst du? Hallo. Na, Chef. Moment mal, wie kommt der da hin? Oh nein. Oh Gott, oh Gott. Oder, hä, wer ist denn jetzt? Hä? Oh nein, oh nein, oh nein. Okay, okay, Wunderland ist. Chefmöwe Erwin, ich weiß. Ich hab dich ein bisschen zum Bluten gebracht. Aber das heißt doch nicht, dass du mich jetzt grausam abstechen musst. Ich hab dich ja nicht mal wirklich angegriffen. Nein, töt ihn nicht, Chef. Ja. Ähm, das wird ja ein richtiger spannender Kampf. Ich hoffe, der Marktleitung gehen nicht die Bitcoins aus. Sind sie zum Glück nicht. Die Aktien fallen auch nicht. Ich baue weiter auf ihr Vertrauen auf. Der Server ist Trash. Gleichfalls. Ach, diese Leute, die... Ich baue trotzdem auf ihr Vertrauen auf. Okay, auf deins schon mal nicht und... Chefmö... Nein, 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 nein. Er ist, er ist, er ist, er rettet mich, rettet mich, rettet mich, rettet mich, rettet mich. Du, rette mich, rette mich. Rette mich, rette mich, los, rette mich. Ich bin enttäuscht von dir, Wunderland, HD. Du hast heute eine 6, aber eine doppeltwertige. Und dann bist du auch noch einer der Drahtzieher. Ich kann's nicht fassen. Och nee, was machst du denn hier? Nee, komm, ich glaube, erst mal die Schanker schwer zu bekommen. Tja, Pech gehabt, ne? Angearscht, Dinkelberg. Haha, also... Ich bin ja ein richtiger Ei. Ich bin ein waschechter Gangster. Haha. Du bist ein waschechter Vollidur. Danke, bin ich was. Bitte. Aua, was ist denn das hier für ein Empfang? Also, ich hab auf ihre Aktien gesetzt. Aber wir haben mich gerade enttäuscht. Der Kurs ist so schnell gefallen, das hab ich ja noch nie gesehen. Wir haben sogar extra nur für euch, hab ich heute meinen Lieblingsrandomkiller. Und zwar den Z... H4SH dabei. Oder Hash oder wie auch immer du ausgesprochen wirst. Ich hab dich zwar nicht eingeladen, aber darum geht's auch nicht heute. Wir sind ja hier nur da, um... Ja, Menschen abzuschlachten. Oder Leute zu betrügen, indem ich einfach das Schwert klau. Hallo, nicht schlafen, aufwachen. Also, mal ganz im Ernst. Stell dir einen Wecker, Freund. So geht das hier aber nicht. Guckt mal, ich drück heute extra nur für euch den Knopf. Na, wenigstens ist er jetzt wach, muss man ehrlich sagen. Das kann man von dem Detective nicht behaupten. Also, heute ist gefühlt niemand ausgeschlafen. Also, Leute, geht eher ins Bett, sag ich euch. Na, wenigstens hat Chef Möwe Erwin geschafft. Ich bin stolz auf dich heute. Heute kriegst du mal einen extra Keks serviert. Glückwunsch. Ja, ähm, ich hab's mir hier ein bisschen bequem gemacht. Ähm. Na, was soll denn das hier also? Ich hau jetzt schon ab, ich hau jetzt schon ab. Ich hau jetzt schon ab. Tschüss, tschüss. Nein, er rennt mir schon hinterher, er rennt mir schon hinterher. Paramstuferot. Ja, ja, nein. Nein, Mist. Äh, na, hör mal. Jo, der Detective ist heute ja on point am cheaten. Ich hab's live auf der Cam. Das ist kein Bug, meine Freunde. Das ist ein Cheat. Ich sag's euch. Der ist richtig am cheaten. Seht euch das mal an. So ein Schummler. Und dann kloppt da halt einfach die Leute hier. So ein Assi, sag ich euch. Aber man sieht richtig, die Kinder haben Spaß. Oh, ich seh, da ist ein Ahornblatt auf deinem Cape. Schön für die Biologie-Allgemeinbildung. Ach. Die Bitcoin-Aktie hat's auch mitbekommen. Was macht ihr hier eigentlich? Guckt mal, ich drück bei euch hier den Knopf, damit ihr seht, dass ich keiner von den Bösen bin. Hier, guckt mal. Ich drück nochmal vor euch. Und dann nochmal den Hebel. Äh. Moment. Was? Okay. Äh. Dings ist es. Der Assi... Nein! Wieso muss ausgerechnet ich immer sterben? Aber die Leiche ist schon ziemlich sexy. Moment mal, hast du da gerade meine Rolex geklaut? Hallo. Zurückgeben. Ich habe noch Garantie auf das Teil. Am letzten Tag gebe ich das nämlich wieder zurück. Haha. Während die sich hier noch die Körper einschlagen, können ihr gerne schon mal ein Like da lassen und den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim neuesten Video. Das kommt am Montag. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einem neuen Video. Haut rein. Die Bombe tickt. Ich muss hier schnell abhauen. Raus aus Chernobyl. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein und schaut Leute. Bis zum nächsten Mal.